Hey, ich habe eine positive, aber auch eine eher negative Nachricht für euch. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und ich hatte für diesen Samstag um 21 Uhr den ersten Livestream zu unserem Community-Event angekündigt. Aber es muss aus persönlichen, privaten Gründen, warum, weshalb werde ich jetzt hier an dieser Stelle nicht erklären, um eine Woche verschoben werden. Das heißt, das findet nicht am 29. Mai statt, sondern am 5. Juni. Also schreibt euch den Kalender, 5. Juni, 21 Uhr, um eine Woche verschoben. Ist halt so, kann ich jetzt nicht ändern. Gestern hatte ich mich noch darauf gefreut und ist angekündigt. Heute muss ich es revidieren. So ist das Leben. Kann ich auch gleich auslöschen. Gut, das heißt, neuer Termin. Damit verschiebt sich aber auch der Abgabetermin. Yay, das ist die positive Nachricht. Und es gibt noch eine zweite positive Nachricht. Es gibt einen Ansatz-Stream morgen. Äh, übermorgen. Sorry, übermorgen am Samstag gibt es einen Ansatz-Stream. Da streame ich was anderes um 21 Uhr. Ähm, aber dazu gleich mehr. Erstmal zu den neuen Abgabeterminen. Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Ähm, bis zum 21.05. war der Werbetext und der Charakter-Sprite einzureichen. Da gebe ich euch noch bis morgen Zeit. Also einschließlich morgen, dem 28. Freitag. Gebe ich euch Zeit, das einzureichen. Und ein Sendeschluss für die Community-Projekte verschiebt sich auch vom 28. bis zum 4. Juni. Also 28. Mai auf 4. Juni um eine Woche verschoben alles. Ist natürlich sehr von Vorteil für alle, die das Projekt noch nicht fertig haben. Oder halt gerne noch ein bisschen Feinschliff machen wollen würde. Das, denke ich mal, ist eine eher positive Nachricht für alle Teilnehmer. Und vielleicht findet sich noch der ein oder andere, der noch teilnehmen möchte. Und hat jetzt noch eine Woche Zeit, ein, ähm, Community-Projekt einzureichen. Und das ist doch auch nicht schlecht. In der Woche kann man vielleicht was cooles zusammenschustern, wenn man denn die Zeit dafür hat. Ähm, ja, tut mir leid, dass der Stream verschoben werden musste. Ähm, ja, kann es nicht ändern. Ist halt so. Wenn ihr euch nochmal die ganzen Regeln durchlesen wollt, könnt ihr das tun. Ähm, Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auf jeden Fall alles nochmal durchlesen, was zu tun ist. Der Abgabetermin, die Abgabefrist verschiebt sich, wie gesagt, auf den 4. Juni. Am 28. Mai auf den 4. Juni. Der erste Livestream ist dann nicht am 29. sondern am 5. Juni. Ähm, also nicht am 29. Mai, sondern am 5. Juni. Ich hoffe, das Ganze ist so verstanden. Ähm, nun zum Ersatz-Stream. Wir werden, ähm, dann wie letzte Woche Samstag Mass Effect streamen. Ähm, Inhalte, Livestreams, Mass Effect streamen. Ähm, ich denke mal, es kam ganz gut an. 10 Likes, 10 Leute fanden es cool. Reicht mir persönlich, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, die 10 Leute haben einfach nochmal Bock, ähm, mitzumachen. Und ich würde dann, weil das Community-Event war ja für die, für das, mehr oder weniger für das ganze Wochenende geplant. Für Samstag, Sonntag und eventuell sogar Montag. Ähm, werde ich dann am Montag statt Community-Event-Streams oder etc. Werde ich dann den zweiten Farming-Stream machen. Das wäre dann der, ähm, 31. Mai. Da kommt dann das, der zweite Stream zum Farming-Plugin. Denke mal, das ist auch eine positive Nachricht für euch. Weil 22 Likes, um, ja, das spricht, denke ich mal, für sich. Dass ihr da richtig Bock drauf habt. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen weitermachen mit dem Farming-Plugin. Und dann werde ich auch ein Update posten. Dann könnt ihr das runterladen. Wir werden nicht viel schaffen. Ist klar, in, ja, 3, 4, 5 Stunden, da schafft man halt immer nicht viel. Aber wir werden uns ein bisschen durchkämpfen. Und ich denke mal, wenn wir uns richtig reinknien, oder ich mich richtig reinknie, wohl eher. Dann werden wir das Farming-Plugin, ich mal, vielleicht noch dieses Jahr fertig kriegen. Mal schauen. Also ich gebe wirklich Gas. Also, 160 Aufrufe, 25 Likes. Ich bin dabei. Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Und dann möchte ich nochmal danken, allen 2205 Abonnenten. Kamen jetzt sehr viele neue Abonnenten dazu in den letzten Tagen. Seit dem Farming-Plugin, seit dem Farming-Plugin-Stream haben jetzt tatsächlich einen Haufen neue Abonnenten. Und seit dem neuen Tutorial, das ich aufgenommen hatte, das Fluchtseil-Tutorial gab auch nochmal ein paar Abonnenten, finde ich gut. Zeigt mir, RPG Maker ist auf jeden Fall noch ein Thema für euch. Und das motiviert mich, auch die Umfrage, was ich streamen sollte, RPG Maker, voller Ausschlag, sehr gut. Über 50% waren dafür. Also, weiter geht's. RPG Maker, Leute. Let's go. Community Event, wie gesagt, verschoben. Fragt es euch rot im Kalender. Ich sag's nochmal. Rot im Kalender. Ich möchte, wir sind eine Community und ich möchte Zusammenhalt sehen. Am 5. Juni um 21 Uhr möchte ich, dass wir unseren Zuschauer-Rekord knacken im Stream. Das wäre mega geil. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber, kommt. Ein bisschen Zusammenhalt geht doch, Leute. Das ist ja wohl machbar. Ein bisschen Zusammenhalt zeigt mir, dass ihr wirklich, wirklich interessiert seid an der Community, an dem RPG Maker, an den Projekten, die ich mache. Zeigt mir, dass der RPG Maker noch nicht tot ist und dass noch ein bisschen Hoffnung besteht. Gut, tschüss. Ich beende das Ganze hier und ich hoffe, dass ihr nicht zu traurig seid. Also, alle, die an dem Community Event teilgenommen haben, dass es jetzt um eine Woche verschoben wird. Wie gesagt, ihr habt dafür auch noch ein bisschen Zeit, euer Projekt noch ein bisschen Feinschliff zu verpassen. Und gebt bitte morgen die Charakter-Sprites ab und die Werbetexte. Bitte, bitte, bitte. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wirklich wichtig. Gut. Tschüssli! Tschüss.